Hey Leute, es geht hier weiter mit Final Fantasy 7 Remake und Tifa. Und Elvis, natürlich. Und wir wollen mal uns beeilen. Und weiter machen. Boah lang. Bitte den Weg frei machen! Oh. Erschuldigung! Boah, Elvis, Alter. Was ist mit dir, oh. Okay, Blitzker. Magischer Diener. Und hält nichts mehr auf. So, noch ein magischer Diener. Oh, es muss sein. Der ist für dich. So, noch ein magischer Diener. Und hält nichts mehr, das nicht sein. Gut. Und noch mal ein magischer Diener. So. Wir sollen nicht wohl mal hin müssen. Das ist richtig, ne? Ey, die geht voll in meinen Arsch. Hast du sehen? Voll durch meinen Arsch, ey. Zack. Ich weiß, er ist nicht wohl lang. Ja. Schuhe lang kann man, ne? Oh, tu. Ähm. Ja, hier können wir auf jeden Fall nicht durch. Na dann. Geht's denn nur hier lang? Oha, was ist das denn? Die war mal kapseln. Ob man unten jetzt auch lang kann? Weißt du, die deutet auch noch darauf hin. Hm, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen das nächste Tor aufmachen. Nein, wenn was ist, melden wir uns. Okay. Seid bitte vorsichtig. So, und Mangoof kommt jetzt. Dürrgut und Mangoof. Aber hier, was war das? Zwei, ne? Ja. Jetzt hätten wir mal zwei. Zwei. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Ich hätte noch in der Ruhe kommen. So. Kommt Männer. Wir gehen. Wir gehen. Jetzt ruhe. Wollen wir mal was kaufen. Ich kaufe die mehr extra. Die kann man immer gebrauchen. Wir haben ja die Kohle. Ich weiß ja nicht, wofür man die noch einbrauchen kann. Die Kohle. Aber egal. So. Na dann. Weiter geht's. Walze. Das sieht mir nicht nach einem Fight-Con aus. Vielleicht später. Hm. Und hier ist da noch eine Küste. Experiment beginnt. Mitarbeiter, bitte entfernen. Experiment beginnt. Zum Angriff. Heute steht's für ihr. Das sollte reichen. Klingestrahl. Mal hier. Ich zähl auf dich. Rechtstück. Oder nach. Mal hier. Wer geht das los? Das für mich. Jetzt das los. Ich bin bereit. Nice. Ich hoffe doch sehr, dass ihr euch gut amüsiert. Direkt sag ich, ich stelle dich ab. Ja, ja, ja. Du nicht. Was wir vorher machen sollen, die Küche. Vorsicht. Du könntest das kugelsichere Glas zerkratzen. Tee. Die Begegnung mit ihnen scheint ihn nicht märklich beeinflusst zu haben. So, wie die ihn noch sehen. Ey. Ähm. Warte. Schau an. Ich hatte hier jetzt so. Ich würde den gerne mal eine reinhauen. Aber das Spiel lässt mich nicht einfach nicht. Mystik-Arm. Reif. Aber was kann der? Ähm. Was kann der? Magische Abwehr 85. Ist wohl keine Ruhe mehr drin, ne? Also keine Materie mehr drin. Warte, warte, warte. Hey. Ja, hier gab es nicht noch eine Tür. Der Pallus. Na dann. Fight. Zwei. Experiment beginnt. Mitarbeiter, bitte entfernen. Experiment beginnt. Ja, war klar. So. Kann man auch hier, ne? Das war abzusehen. Nice. Wie fühlt es sich an, wenn einem die Lieblingsspielzeuge zerstört werden? Immer wieder ein erquicktes Vergnügen, das mich wohl niemals überdrüssig werde. Aber da müsste irgendwann mal leer kommen, oder nicht? Gut, dann zum nächsten Test. Nochmal, ein Raum. Hey! Entschuldige die Störung, Arschloch! Aber du hast bei mir noch ein Blut! Da kapiert das nicht, ne? Kapierst du es nicht? Ja. Beginn des Tests. Wartungspersonal. Beginn des Tests. Nice. Hm. Das töte ihn einfach. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter. Ah. Was wird das jetzt schon wieder? Hey. Was sind das denn für Dinger? Warte mal. Navi. Analyse. Haben wir nicht mehr. Oh. Ah, hier. Ganz woanders. Blitz. Was ist denn gedacht? Wir haben ein Vergan trouxe. Wart либо einver Tochterung. Joach. Hopkins ist ein thauer. Milch. Ihr Asersides. Findides. K uns doch schwarze cùng Apparently die W сбаем. So. Ich staub im Arsch. Genau das. Warte, schau mir mal, wenn B-Wild. Warte, schau mir mal. Komm, Cloud. Bei Jesus, oh. Geht nicht. Der ist weg. Geht nicht. Nice. Ich glaube, die sind nervig. Jetzt wisst ihr aber, woher die Dinger da... Bäh, am Arsch vom Wild. Okay. Was war das? Wo ist der? Tut mir leid. Der ist entkommen. Wir müssen hier raus. Und da kam er, ne? Hey, wohin müssen wir? Ich will nicht, dass wir, äh, nicht mehr zurück können. Wir gehen einfach mal hier lang. Ja. Gut versteckt. Das ist kein Krankenhaus, oder? Versuchsobjekte. Versuchsobjekte werden nicht verarztet. Hier wurde modifiziert. Hier wurde modifiziert. Hier wurde seziert. Heilige Scheiße. Ja, warte mal. Ich geh doch nochmal durch die andere Tür. Hier. Das sieht mir nah. Der richtige Weg aus. Mal wieder. Ich drücke immer. Gehe ich den richtigen Weg. Ich dachte, wie falsch. Immer. Ah, die waren nur Kisten. Okay. Gut. Kann man ja nicht wissen. Ah. Und hier eins. Okay. Ich nehme alles zurück. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Was hört es? Die Strahler. Toll. Also, hier sind die Versuchsobjekte. Vorher gab es das gar nicht, Versuchsobjekte. Was ist denn das jetzt? Ach das Ding. Sie sollen nicht Spielzeug genannt werden. Analyse. Blitz. Mal wieder. Giftmüll. Oh oh. Einer. Einer. Einer wird gar was abgezogen. Einer Ernst? Einer. Hallo? Alle spielen gleich tot. Ich darf jetzt nicht schlecht machen. Einer. Mal wieder. Keine Chance. Jetzt geht's drücken. Verdammt. Warum ist es so viele? Danke. Alter. Den wir mega Trank rein. Ballern. Wobei, warte mal bevor wir... Ey, wann kann man denn hier durch? Können wir... Kann man wie von hier... Nee. So. Sieht nochmal anders aus. Scheiße. Hm. Und wieder geht die Tür zu. Ja. Ja. Langsam wird das alt. Von einem Fahrstuhl ist nichts zu sehen. Lasst uns den anderen Bescheid sagen. Wollen wir nicht vorher mal heilen? Aber hier waren wir noch nicht, ne? Oh. Sektion 4, was? Um die Tür zu öffnen. Müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Zurück können wir nicht. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Ah, warte. Erstmal heilen. Ah. Ganz schön große Geschichte verteilt, ne? So. So. Wieder so einen Automaten finden. Hm. So. Allein ist ein Automat. Terminal. Da drüben ist ein Funkgerät. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Ja. Das war mir so ein bisschen klar geworden. Oh nein. Hey! Alles okay? Hm. Wollen wir mal. Machen wir das irgendwie noch? Na. Verdammt. No. 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 Hm. Sprech mal tiefer. Ja, guter Plan. Ach so. Ah, das ist doch eine Leiste, okay. Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Der Ärmste. Schnell zu ihm. Ah. Ich gebe nie auf. Ich gebe nie auf. Ach, nein. Ich gebe die Dinger. Oh, nein. Perfect. Five. Die Chance. Ich zähle auf der Spiel, die ich jetzt drin. Ist dir etwas schwindig? Ich zähle glück's mir auf. Ja. Los geht's. So. Das Taktige, es muss sein. Geh runter. Da haben wir Freunde da. Yeah. Ja. Aua. Oh, ein magischer Diener. Ja, was willst du denn, hä, was willst du denn, ah, das ist bei dem, ok, aua, aua, yes, ich will dann schwer wechseln. Ist da noch einer? Am Arsch, ey, wie sind das denn denn noch? Hm. Hm. Alles ok? Dankeschön. Gut gemacht. Wie weit seid ihr gekommen? Wir haben den Zugang zu Sektion 4 gefunden. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus konnte man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, versuchen wir's. Ok, haben wir vorher Waffe wechseln. Bei iOS der Magiestab. Komm, er ist zum neuen, hm? Haben wir sonst alle? Krass. Wir sind schnell. Ähm. Die Fahrt. Hat alles, ne? Auf 100. Nice. Ich glaub, er hat alles auf 100, ne? Ah, nee. Stimmende Kontoverstellung, müsste ich mal. Hab ich vergessen. Hm. Und er hat auch alles auf 100. Nice. Er läuft doch. In der Barret kann man mal. Oder? Waffe wechseln. Ich weiß, keine... Favoritenwaffe, aber egal. Ähm. Steht jetzt? Ist das jetzt höher geworden? Nö, 8 von 12. Scheiße. Ah, jetzt gucken wir mal mit ihm hier rüber. Alles klar. I understand. Schon unterwegs. Schneller. Nein. Ich find den... Ich find den cool gemacht, oder? Sieht aber ein bisschen abgemagert aus, aber... Oh nein. Achso, ich hatte schon... Die Kapsel war offen. Ich muss ja auf den dummen dran. ... Wir haben unsere Rolle... anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hojo echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Nur Hojo oder alle von Shinnra? abgesehen von wie finde ich alle scheiße ich mach das es kommt noch über 9 Wo war das? Ist das so? Warte mal. Ich muss gar mal gucken. Magiekreis. Okay. Welche müssen wir jetzt machen? Die 2 ist da. 4, ne? War das doch. Unsere Kollegen standen ja vor 4. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. So. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Lass uns Cloud Bescheid sagen. So. Wieder zurück. Oh, tiefer. Boah, die ist so schnell, dass man hier nicht die Treppe treffen kann. Junge, Junge. Bei den 3 käme auch rein. Wow. Ja. Da ist nichts Besonderes, oder? Tiefer. Es geht. Junge, Junge. Da kommt nichts mehr, oder? Aufwischte. Hier. Die 4. Ja. Wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus. Als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Wartet, wo ihr seid. Dann wechseln wir mal. Dann, lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Na. Ich glaub, das wird ein bisschen heiklich. Volle Konzentration. Volle Konzentration. Lass uns das wegtun. Tschüss. Hab alles im Blick. Hoi. Gut, dass er getroffen hat. Keine Chance. Genug. War okay. War okay. Yeah. Wir lassen den guten Wedge ganz schön warten. Ja. Er hat echt einen an dir gefressen. Kann sein. Die warten doch gar nicht. Der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja. So wie ich. Auf den kann man sich verlassen. So wie auf mich. Was? Nicht auf mich. Okay. Die Vault öffnet sich. Sieht nach Battle aus hier. Nein. Okay. Dann halt nicht. Okay. Ah. Okay. So wie ich es sagte. Sieht nach Battle aus. Alter. Was? Du willst wohl Hackfleisch aus uns machen? Was? Der aussieht. Aua. Ich muss mich aufladen. Junge. Analyse. Nix. Dann übernimm. Oha. Nächste Stufe. Verdammt. Verdammt. Ach krass. Krass. Jetzt wechseln wir. Alter. Wie cool ist das denn immer. War schon cool gemacht. Jetzt. Haben wir. Den an der Backe. Schon cool. Alter. In der Zeit. Die präsent sich richtig geil aus. Alter. Der Ero ist. Keine. I was nicht. Ach nee. Oh shit. Hör abschlagen. Hopp. 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 Gönne. Gönne. Ich hab mir mal mega trauen. Aua. Asshole. Hä? Nein. Ist auch ein Magiekreis. Wahrscheinlich ist der. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Es kommt mit dem Tiger ab. Der ist ja drauf. Haha. Nice. Du bist. Du bist. Aber das sollten sie ja auch. Hm. Ist ja schon ein bisschen blöd. Die wünschten Daten hätte ich damit. Dann wollen wir mal die nächste Runde des Tests einleiten. Hm. 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 Da geht mir auf den Sack der Typ, ne? Ohne Witz. Hoha. Er scheint zu gehen. Naja. Wenn das ne Falle ist. Ist das wieder ne Falle? Ja. Der Fahrstuhl ist sicher. Vertrau mir. Mhm. Na gut. Wenn du das sagst. Ich muss auch einen beiden Cut machen. Sind wir schon da? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Habt ihr das gehört? Jaaaa. Da mach ich mal einen schönen Cut, oder? Warte. 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 Machen wir Pause. Oh. Scheint von hier aus verschlossen zu sein. Sollen wir sie aufmachen? Das war gut. Gleich. Jetzt kann man was gucken. Hm. Stimmt. Mit der Waffe von Avos. 10% erst. Mann. Na Scheiß. Dass die zwei Striche haben muss. Naja. Ich würde sagen. Wir machen den Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.